Hi, ich bin Sylvia. Hi, ich bin Bernd. Und wir sind von eurer Polizei Hessen. So wie Ärzte, Pfleger und Verkäufer derzeit für euch im Einsatz sind, sind auch meine Kolleginnen und Kollegen gerne rund um die Uhr für euch da. Aber Leute, Klartext. Damit das weiter möglich ist, brauchen wir euch. Die Grillparty mit Freunden. Oder das Chillen im Park. Die Geburtstagsfeier bei Oma. Alles tolle Sachen, aber eben nicht jetzt. Mit den Kindern im Freien toben. Oder auch selber frische Luft schnappen. Absolut verständlich, aber nicht in Gruppen. Wir haben ein gemeinsames Problem. Und wir haben ein gemeinsames Ziel. Den Virus eindämmen und Menschenleben damit retten. Das ist hier kein Film. Das ist hier kein Computerspiel. Das ist die harte Realität. Und uns geht es gewaltig auf den Zeiger, wie sich manche Menschen derzeit in Ignoranz üben. Und da ist ein Umdenken unbedingt erforderlich. Also, beschränkt euch auf das Nötigste. Bleibt zu Hause. Und wenn ihr wirklich raus müsst, dann haltet Abstand. Dank Social Media habt ihr heute alle Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Und wir informieren euch über unsere Kanäle ebenso. Wir schaffen das nur gemeinsam. Stay at home. Flatten the curve. Ich packe, da sind eigentlich die easiest.